so wir sind zurück bei einer weiteren folge wir haben hier noch ein bisschen noch ein bisschen übrig okay was machen wir da ich glaube ich würde sagen den graf sprung auf jeden fall dann ist ja schon mal max so werden ja das vorgespräch aber noch ich habe meine informantik losgeschickt du kennst das kleine freddchen aber sie ist verschwunden ich fange langsam an ich brauche wohl wieder deine hilfe ranger komm beim arsenal vorbei ja gut ich komme mission begonnen das signal weil der jetzt auf ein neues level gekommen ist hier oder das ist doch marschall oder oder meint jetzt das signal hier unten gute frage ja ja Scheiße. Ahaha. Jetzt sind wir wieder hier. Nein, 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 was ist denn das für eine Scheiße? Ahaha. Mann. Das ist doch Scheiße. Jetzt wieder ein Abgrund, pass auf. Wir standen immer von der selben Stelle. Was soll die Scheiße? Und vor allem, warum schickt ihr uns durchs Gebirge? Warum können wir, warum können wir denn, what the fuck? Warum können wir nicht einfach so einen Weg nehmen hier? Einfach querfeld ein, bist du? Oh Gott. Na, so querfeld ein vielleicht nicht. Ein bisschen. Au! Was ist das hier? Den haben wir schon erledigt. Was ist das hier? Den haben wir schon erledigt. Genau. Die rechts sind die, die rechts verlegt dann. Das ist doch schön. Schön zu hören. Auf geht's in eine neue Region. Oh Gott. Ich bin da wie geschossen, Alter. Okay. Okay. Das ist doch nicht so klein. Okay. Okay. die machen wir noch schnell was überlebe ich nicht ich würde mir überlegen wenn das noch mal hallo la 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 da fahre ich nicht noch ein hier ist wasser Nein, das reicht auch so. Nein. Hallo. Nein, das reicht auch. Nein, das reicht auch. Ich bin nicht traut. Ich bin traut. Traut auf unsere Aufwärmung. Schaf, Böder. Böder, schnell, Böder. Die beste Ruhe, Böder, Böder. Es ist krisen und krisen, wenn ich weiß, was ich mache. Es ist krisen, wenn ich weiß, was ich mache. Es ist krisen, wenn ich weiß, was ich mache. Fahrzeugmunition, Leute. Ah, nein! Oh, scheiße. Es tut mir leid. Es ist krisen, wenn ich weiß, was ich mache. Okay, ja, ich wollte eigentlich ins neue Gebiet, aber wir haben jetzt eine neue Mission. Leck mich am Arsch. Alter, das war... Puh! Also, dass da jetzt die Munition ausgegangen ist, war ein bisschen scheiße. Genauso, wenn nur noch ein Balken gefehlt hat, ne? Wo ist meine Belohnung? Hallo, Händler. Hi! Ja! So, ich muss jetzt gerade mal gucken. Waffenkerne, los. Amotrietenverstärker, bla 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 bla. So, äh, Gesundheitsinfusion bräuchte ich bitte auch noch einmal. Ähm... Wir sehen uns! Ja, ja, Moment, ich komme gleich wieder. Pass mal auf. Äh, Waffen. Kampfschrotlinder. Oder Ranger-Sturmgewehr, warte mal. Äh, Waffenmeister. Fehlen uns noch drei Waffenkerne. Handhabung. Macht aber nicht Schaden. Okay. Was macht er? Schneller Abzug? Das ist schon... Das hat schon was. Okay, zwei davon. Hallo, ich bin hier. Ja. Ähm, pass auf, ich würde gerne einmal... ...kaufen und noch einmal kaufen. Äh, und dann würde ich gerne... Nice. So, Kampfschrotflüter. Äh, genau. Mal gucken, was die nächsten so sind. Wir haben Zähne, Alter. Nee, warte, was ist das hier? Ich muss jetzt gerade mal gucken. Äh... Das hier haben wir noch nicht. Nice, machen wir mal. Äh... Okay, die brauchen wir nicht unbedingt. Machen wir ja kaum. Okay, gut. Äh... Alter. Alter. Fahrzeuge. Upgrades verfügbar. Zeig mal her. Ja, wir haben 20 davon. Äh... Ich würde gerne erstmal die 20mm-Kanonen. Hat der Wappenteil... Ach du Scheiße. Ähm... Äh, hast du Wappenteile? Ja, 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 Moment. Nee, du hast noch ein Land zu trinken, aber stärker. Okay. Nutze Ressourcen für in Läden gekaufte Baupläne und im Inventarmenü, äh, Inventarmenü, äh, neue Gadgets herzustellen. Wir sehen uns. Zeig mal, wo denn? Ah, okay, ah, wir können die auch selbst herstellen, da brauchen wir die nicht brauchen. Wird auf Level 2 freigeschaltet. Was für... Wie, was für Level 2, hä? Warte mal. Äh, ich muss mir erstmal richtig hinsetzen hier. Ah, la, 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 la. Ähm, äh, was für... hä? Level 2 herstellen, bla, 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 bla. Wir können die ja... Wir können die ja, ne? Die Frage ist, Level 2 kaufe Baupläne, um Level freizuschalten. Aber die haben wir doch, oder? Hm. Na gut, erstmal... Bin ich super zufrieden damit. Ja. Ähm, wir müssen jetzt erstmal zu... Zu, zu, wie heißt das? Dings hier, der hat irgendwie eine Mission für uns. Ah, der ist... What the fuck? Rede mit Marshal. Weiß ich doch nicht, wo der ist. Warte mal, der war irgendwie... In der Bar hier. Hallo. Hier kommt man nicht runter. Hallo, ich arbeite hier. Hä? Ach, hier ging es runter. Hey, Walker. Hi. Was ist los? Wo lebt das Problem? Gulo ist verschwunden. Ja. Und ohne ihre Infos sind wir aufgeschmissen. Ach ja? Nun, der Scrambler sollte den Sicherheitscheck der Obrigkeit überstehen. Dafür muss er aber auf ihr aktuelles Sicherheitssystem ausgerichtet sein. Sonst klappt es nicht. Gulo sollte nachforschen. Jetzt ist sie weg. Kurz vor deiner Ankunft traf endlich das hier ein. Marsch, Gulo hier. Ich habe einen alten Obrigkeitsbau gefunden. Über den Uplink dort sollte ich herausfinden können, was für ein Sicherheitssystem die Obrigkeit nutzt. Aber es gibt Probleme, Marsch. Die Hügel sind voller Emote, schraudet, auf der Suche nach Deck und Kills. Ich bleibe in Deckung und halte Ausschau. Ein schrecklicher Spion! Schnapp sie! Bringt sie zur Stierwackenfindung! Marsch! Die Offensicht springt ihn zur Spiernackenfestung! Ja! Sie haben mich! Mann! Die Immortal Shrouded sind kranke Bastarde. Die foltern aus Spaß. Wir brauchen die Koordinaten zu diesem Obrigkeitsbau. Das wäre besser, wenn meine beste Spione nicht stirbt. Von wegen Immortal. Die werden schon noch sterben. Ich hole sie da raus. Viel Glück, Ranger. Mit den kleinen Fuselschwamm. Nichts. 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 Ja. Tschüss. Hallo, ich arbeite hier. Ja, auch mit Waffe. Achso, warte. Irgendeiner? Hatte der nicht Infos? Warte, warum geworden der? Du hast Fragen? Ich habe Antworten. Ja. Ich kann mit dem nicht reden. Ist auch in Ordnung. Okay. Ja, Jungs, ich bin raus. Haut da rein, ne? Hallo. Wo ging es hier raus? Durch den Markt und dann. Hier hinaus. So. Wir wollten ja eigentlich ins neue Gebiet. Wir sind da. Wir sind da. Na? Auf einem gemütlichen Abend hörte ich eine Gruppe von Söldern über eine Studie mit Deine Hager reden, dem berühmten Bürgermeister von Wellspring. Natürlich musste ich erstmal nach der Behauptung überhaupt der Wahrheit entsprechen und ich zeigte ein stattliches Sümmchen, um mir von ihnen den Weg zu starten. Und ihnen schreibt man groß, den Weg zur Statue weisen zu lassen. Das Ding sah verdammt alles aus, zeigte einen Reiter auf einem riesenhaften Tier. Der Reiter trug einen Dreispitz und die Innschaft auf dem Sockel war stark erodiert. Die einzigen Buchstaben, die ich entziffern konnte, waren Lex und Ton. Die Statue ist unbestritten sehr alt und sieht dem Hangar in keiner Weise ähnlich. Die Statue ist dapositivierlich. Die Statue ist immer so glücklich. Putz, die Statue ist immer so glücklich. Ja, die Statue ist immer so glücklich. Ich glaube nicht, die Statue ist immer so glücklich. Und jetzt ein�h Sisters ist immer so glücklich, wie ich kann es verabschiedeln. Die Statue ist immer ganz glücklich. Der Reiter ist immer sehr glücklich. Und jetzt kannst du die Statue machen. Wie ist da? das protokoll interesse so next one wäre das hier oha alter wie viel hier noch übrig müssen wir jetzt so 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 wow alter alter so 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 keine munition bisschen schade gerade aber kann ich auch nicht ändern alter wie geil ist das denn bitte hier ja ja es ist wach ja wo du schreiß muss zu machen Fragezeichen in 100 Metern Fragezeichen wir sind auch an ein paar Fragezeichen einfach vorbeigefahren auch in Ordnung achso achso nee wir sind ja rechts rum straßensperre voraus straßensperre voraus achso brauchst du nicht mach ich schon mit dir doch ne ahh dann doch ich der die auf die 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 ich würde euch keine angst machen was hast du gesagt du willst mich töten was ich aber ein bisschen verschätzt war was lernen die fliegen leute was denn los mann 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 und wenn ich fahrzeuge tatsachen Ja, ist das scheiße. Ach du Scheiße. Das könnt ihr euch selbst durchlesen. So, eine Kiste fehlt mir noch. Hä, wir haben doch jetzt mindestens zwei Lagerkisten geplündert. Wird ziemlich verarschen. Eine hier. Ach, wir haben jetzt alle Lagerkisten. Okay, jetzt müssen wir nur noch da hoch. Da kommen wir aber auch nur irgendwie durch. Ziel erreicht. Ziel erreicht. Alle Lagerkisten. Intelligente Lebensform nähert sich. Danke. Wie toll ist denn eine 375? Davon können wir uns nur drei oder vier oder fünftel oder so leisten. Wir sind aber ein bisschen offensichtlich hier. Ach, hier ist der Fahrstuhl, den ich vorhin gesehen hatte. Ach so, nein, hier fehlt noch eine Arschentur. Was ist das? Da. Ne, das ist mein Auto. Kann man doch übersehen. Ah, die waren ganz leicht. Die waren jetzt gleich. Kommen wir. Nein, nur Trinkenverstärker. Sehr nice. So. Das haben wir auch erledigt. Super. Auf zum nächsten Freizeich. Nein, wir hören jetzt auch damit. Wir sind da. Was? Wie? Wie? Wie sind da? Ach, da. Das ist eine Arche. Jackpot. Oh, oh. Stopp. Okay. Lilly, dieser Ort wird mich gerade einladen. Man würde jetzt sagen, dass ein Ranger zuerst die Lage sonstiert, um später auf alles vorbereitet zu sein. Weiß ich auch, was sie schießen, aber die schießen auch auf mich. Sie schießen auch auf mich. Ja, 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 ich hau ja schon ab. Okay, die schießen auch auf den Sprott, Mac. Ausland. Brauchen wir es nicht mehr? Brauchen wir es nachher nicht machen? Hat doch auch Sinn und Verstand? Ja. Insofern. gonnaannée Frage, bin ich jetzt das nächste Ziel? Okay, ich glaube ich sollte abhauen. Jetzt kann ich es mit euch aufnehmen. Oh, oh, pfff, hi! Okay! Wir sind am Arsch! Boah, ich habe ihnen noch eine Gramate hinterher geworfen. Leck mich auf den Arsch! Okay, die haben jetzt öffnet was zu tun. Ich bin jetzt am Arsch! Ich bin jetzt am Arsch! Soll ich nochmal machen? Okay. Ich habe ihn so verstanden. Ja, das ist mir schon bewusst. Ihr schießt auf mich, obwohl ich euch helfe? Ja! Okay, so sei es. Ich bin jetzt wieder. Ah! 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 okay das wird jetzt interessant hallo ich bin gerade verpackt gewesen ich bin gerade In der Nähe muss alles gescheitert. Bitte treten Sie näher für den Sicherheitsgab. Gut, darf ich bitte erst mal durchatmen? Das machen wir in der nächsten Folge. Alter Vater.